Herzlich Willkommen in Aarau. Als Kantonshauptstadt des Kantons Aargau sind wir ein bedeutender Standort in den Bereichen Wirtschaft, Ausbildung und Verwaltung. Die traditionsreiche Geschichte und die stete Innovation widerspiegelt sich in der Architektur der Stadt, die ihren Bewohnern und Gästen eine hohe Lebensqualität bietet. 38 Kilometer nach Zürich, 39 Kilometer nach Basel und 67 Kilometer nach Bern. Dieser zentralen Lage im Schweizer Mittelland entsprechen die exzellenten Verkehrsverbindungen Aarau. Ob per SBB oder per Bus, ob per Regionalbahn oder per Auto, Aarau ist zentral. Aarau spielt mit, spielt eine wichtige Rolle in der modernen, in der vitalen, in der dynamischen Schweiz. Ein Zeugnis frühen Wirtschaftslebens in Aarau. Der heute für die Öffentlichkeit zugängliche Meierstollen, ein Baudenkmal magischer Faszination. Auf eine 600-jährige Tradition blickt die Rüetschi AG für Glockenguss und Kirchturmtechnik zurück. Heute arbeiten die meisten Menschen in Aarau in der kantonalen Verwaltung und in den Betrieben und Körperschaften, die mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu Organisationen, Verbänden und Versicherungen kommen bedeutende Firmen und KMU hinzu. Innovation und Idylle. Araus malerische Altstadt hier? Eine bemerkenswerte Offenheit gegenüber der architektonischen Moderne dort. Und in diesem Spektrum bewegt sich auch das attraktive Angebot von Wohnungen und Häusern in Aarau. Ob Erholung in der Natur, ob Sport in den großzügigen Anlagen, Aarau bietet auch hier höchste Lebensqualität. Rund 100 Sportvereine und 30 Musikvereine sind nur ein Teil des Angebots zum mitmenschlichen Kontakt. Aaraus Bedeutung als Bildungsstandort ist herausragend. Berufsschule Aarau, Handelsschule, Schule für Gestaltung, Privatschulen und Erwachsenenbildung erweitern das Angebot an Primar-, Sekundar- und Kantonsschulen. Architektur von Weltgeltung in Aarau, das Aargauer Kunsthaus, ein Werk der Architekten Herzog und der Meuronen. Ob Musik, Theater oder Seminar, ein Ort der Begegnung und großer Ereignisse ist das Kultur- und Kongresszentrum. Kulturelles Erbe und kulturelle Visionen, beiden Aspekten trägt Aarau Rechnung. Auf höchstem Standard sind die medizinische Versorgung und die Wohn- und Pflegeeinrichtungen für betagte Menschen. Auch hier ist Aarau vorbildlich. Die Symbiose von Alt und Neu steht für Aarau. Der Marktteilneubau der Basler Architekten Quintus Miller und Paola Maranta verbildlicht es in inspirierender Weise. Vernunft und Schönheit, Fantasie und menschliches Maß bestimmen Aaraus Weg. Aarau hat Zukunft, auch für sie. Aarau. 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 Aarau.